Tag. Noch ein kleiner Kasten. Ne ne ne. Ein abgerundeter Kasten. Wow. Oh mein Gott. Das wird alles revolutionieren. Die Welt wird nie mehr sein wie sie war. Nee, das wollte ich gerade machen. Geht doch nicht. Tja. Pumpkin Pie. Nom 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 nom. Der hält sich 15 Minuten und erhöht alle Statuswerte. 15 Minuten. Alter. Das ist ziemlich lange. In der Zeit kann man drei Bosse gehen. Da kommt drauf an welcher Bosse. Und wann. Ja. Bringt die Halsrüstung eigentlich... Oh, ja. Der Helm und die Brustplatte bringen eine Abwehr. Ja. Ich mach mir die jetzt nicht. Ich find die nicht, dass die sich lohnt. Und außerdem hab ich eh schon zu wenig Holz. So. Dann noch kurz Fackeln. So. Ah, mein Audio-Schwur ist fertig. Exportiert. Moment. Dann... ...nehme ich jetzt die neue Audio-Schwur auf. Geh wieder ins Spiel. Und schon hat die Aufnahme in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Terraria. Hallo. Oh. Ich hab grad Offscreen hier das Haus erweitert. Oh. Ich hab eigentlich die Aufnahme schon wieder längst angemacht. Das war gar nicht Offscreen bei mir. Hahaha. Na dann... Guckt alles bei Totobi, weil... Der hat alle... Ähm... Wie heißt das? Der hat Bonus-Material. Der hat... Onscreen wie ich das Haus erweitert hab. Wow. Das muss man sehen. Ja. Das ist spannend. Ich bin jetzt grad bei 2 Minuten 30. Aha. Bin bei 40 Sekunden. Dankeschön. Dankeschön. Und wir haben einen Kürbis... äh... Kerzenhalter. Jo. Ich fand das auch schön aus. Hey, ich kann den daumen. Ach da. Ich hab red den Herz. Woher auch immer. Hm. Mysteriös. Ich werd mal kurz ein paar... Glas... äh... mit Wasser gefüllte Glasflaschen. Und dann werd ich uns noch kurze Kiste machen. Wo wir unser Geld und sowas rein tun können. Yay. Tu mein Geld unten in die Ecke. Oh, wir haben hier unten ein Dämon-Altar. Hau mal mit nem Hammer dagegen. Okay. Mach ich. Okay. Mach ich. ähm... Der tut mir irgendwie weh. Ja, wenn du den mit nem anderen Hammer als der von Hammer haust, dann... macht der halt Schatter. Wieso macht der mir Schaden? Ich versteh das nicht. Das ergibt für mich keinen Sinn. Der zieht dir immer die Hälfte ab, aber anscheinend hast du bei zwei Leben, hat der dich einfach getötet. Voll der böse Alter. Ich hab ihn einfach zehnmal oder so geschlagen. Komisch. Wieso zieht der mir Leben ab? Einfach weiter schlagen. Wird bestimmt sich ändern. Ja. Jetzt kann ich erst mal mit Geld einsammeln gehen. Wust. Ich sollte mal meinen Newtkey finden. Eventuell. Und es wäre vielleicht von Vorteil. Eventuell, ne? Ja. Vielleicht, eventuell, unter gewissen Umständen, könnte dies... Von Vorteil sein. Ja. Genau. Ich hab bis jetzt nur eine Kiste und hab sie wertvoller Stuff genannt und schmeiß jetzt auch jeden Scheiß rein. Ja, sehr wertvoll. Wertvoller Scheiß. Genau. Das braucht jeder. Absolut jeder. Ja. Dann werde ich mal kurz Bäume nachpflanzen. Ist ja nicht so, als wären denn in der Welt genug, aber... schadet ja nicht. Doch, das schadet der Umwelt. Zu viele Bäume sind schlecht. Ja, Bäume schaden der Umwelt, ihr habt's gehört. Tötet Bäume. Holz alle Wälder ab. Ja. Viele nette Menschen geben sich schon alle Mühe dabei. Aber du musst mithelfen. Zerstöre auch du alle Bäume. Geh mal wieder in unseren tollen Tunnel hier. Warte, ich guck mal auf der Karte, wo du bist. Ah, du bist bei mir in einer Wand. Ich geh hier in die Höhle und guck. Da, das Erz. Ups, Tin. Aber ich wollte es mir trotzdem. Ich kann unsere Tunnel verbinden. Glaube ich. Ich glaube, das ist nicht so weit weg. Ja, das Licht. Ja, fuckl. Bin grad so inkompetent mit Plattform. Okay. Das hat doch funktioniert. Das Geräusch der Erkenntnis. Ah. Oh, mein Hals kotzt mich grad richtig an. Also mein Hals kotzt mich nicht an, sondern... Er kratzt und das stört mich. Wieso macht er so was? Ich weiß nicht, wofür ich Tim sammle. Ich weiß auch nicht. Ist das Tanzen? Ich glaube, das ist Tanzen. Ja, Tanzen. Gut. Cool. Erklbodeln. La, 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 low. Jeved start. Go! Und dann machen wir uns ne bessere Spitzhacke. Ja. Wir machen mir ein besseres Schwert und mir eine neuere Spitzhacke. Und dann, wenn wir irgendwann Material übrig haben, überlegen wir uns eventuell dir auch etwas abzugeben. Oder wir verkraften alles in irgendwelchen Scheiß, die wir nicht brauchen. Ja. Ja. Genau. Ich spiele hier auf Hardcore ohne Rüstung und mit 100 lebt. Ja, unsere Tunnel sind verbunden. Yay. Dann geh ich wieder in Main. Hm. Ich werd mal kurz mir wieder Plattform machen. Hier wär fast schon ne neue Spitzhacke am liebsten, damit ich endlich mal schneller abbauen kann. Ja, das stimmt, weil wenn wir ne schnellere Spitzhacke haben, können wir schneller abbauen und dann können wir uns schneller das neue Schwert machen. Boah. Boah. Ich nerv' das grad nämlich irgendwie ziemlich, wie lange es mit dem Abbauen hier dauert. Ja. Aber ich hab ne Spitzhacke mit plus 9 Geschwindigkeit. Oh. Deshalb. Meiner hat minus 25% Schaden, minus 13 Tempo. Oh. Oh. Tja, das ist ein bisschen doof. Oh, ich hab dein Tunnel gefunden. Und es ist wieder Nacht. Du hast da was schleimiges in deiner Hülle. Das kommt immer näher. Und da hinten ist Wasser. Ich will mich irgendwie hingraben. Warum auch immer. Da hinten ist noch. Ich will das an 18,19 be Gamework. Umm. U-Team-Mutmator-Rien ist immer etwas im Weg. Ja, Tanks-Mut. Ja, Tanks-Mut. Ja, Tanks-Mut. Meins, meins. Nein, meins, meins. 2 2 2 2 4 5 6 7 8 sieben ja ich habe auch was er zu bekommen ja zum Leben nein ich bin hier in Trauer nein ich werde sterben 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 Prozent nennen nein verdammt so knapp er war fast tot ich werde mal gucken ob wir uns schon bessere Dingens machen können Moment und ich werde mein Wasserloch kurz erkunden dann willst du mir kurz das ganze Erz geben dann mach ich ums ja das ist eine Idee äh tanksten tin nur nicht in Erzraum ähm ich glaube das war es auch schon das ist kein Eisen sieht nicht so aus ok ich find keins ich werde gleich schon wieder sterben das gefällt mir so das ist doch immer schön ok eventuell mach ich ein Todescounter aber nur wenn du öfter stürzt haha so dann gucke ich mal was wir uns denn so kaufen können ich also Tinschwerter machen zwei mehr Schaden als Holzschwerter Eisen machen drei mehr Schaden und wir können uns nee können uns keinen Tanks nehmen wir haben noch nicht genug für eine Spitzackel nee warte ich hab nicht genug Holz für eine Spitzackel ja ein Stück da habt ihr es gesehen Leute das ist super selten dass das passiert aber wenn ein fallender Stern auf ein Gegner trifft dann macht das so um die tausend Schaden habt ihr gerade gesehen das hilft halt extrem wenn das genau dann passiert wenn man gegen das Auge kämpft und dann aber das habe ich noch nie gehabt aber gerade gegen den Schleim so der Guide wird jetzt sterben boah das Wasser das ich hier gefunden habe ist riesig dann ertrink mich ich will aber okay aber nicht so lange naja gut ich glaube ich bin für heute genug gestorben wahrscheinlich sterbe ich nicht so mein scheiß Holzschwert macht irgendwie sieben Schaden laut Anzeige und macht einem Zombie nur einen Schaden wie viel Verteidigung hat der denn ich brauche was besseres hier ein Hammer nee bringt auch nix ne Axt nee Spitzackel ich hab ein Stern ja ich bin hier gemütlich in einer Höhle ohne irgendein Monster ich bin hier gemütlich in einer Höhle ohne irgendein Monster schön hier ja 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 in der Westpark nein da sind sieben zu dies oder so und ich bin einfach über die alle drüber gehüpft und dann waren also drei nebeneinander und dann da ist einer gegen mich gehüpft ja schade schade Obst Marmelade ja na wer hat erkannt m m m m voll der Insider m m so wofür habe ich Holz geholt für eine Spitzhacke genau also Tin ist nicht wirklich besser aber könnten wir uns ne Eisen machen möchtest du eine Eisenspitzerkame? Joa wieso nicht warte wie viel ist die Beste also die hat ein mehr Reichweite und ist halt ein bisschen stärker diese erkundung ich eigentlich hier grad vollkommen im Alleingang Höhlen das ist doch nicht blöd das ist ne gute Frage mach mir mal einen Tinbogen gönn mir auch mal was können uns sogar noch einen machen wenn du willst willst einen Bogen? äh erstmal nicht ok damit arbeite ich viel zu selten bin eigentlich mehr so der Fernkämpfer im Terrarium später muss man sich ja für Klassen entscheiden und alles das habe ich nie wirklich gemacht ich habe immer so ein Zwischending gemacht ich bin ja eh nie so weit gekommen so ein bisschen Magie muss eigentlich immer sein finde ich ja jay weil ganz 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 am Ende vom Hardroad dann äh gibt es halt die besten Rüstungen und die geben entweder Nahkampf oder Magie oder Fernkampf schaden plus muss man sich halt entscheiden was man am liebsten macht ja ich komm zu dir und bring die Spitzhacke ach ich wollte gerade rauskommen und dir was bringen aber gut komm du halt warte komm du hoch und dann ja ich bin wir beide im Haus und beenden die Aufnahme was sagst du davon? ja gleich ich muss nur kurz den Kram hier holen ok ich mach nen Deal wir sind grad bei 15,5 und Maximum auf 20 nein 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 äh ja ok äh ich glaube ich sterbe ich rette dich ich hab's geschafft ich hab's geschafft eine Goldkiste nein 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 ich weiß noch gar nicht was da drin ist nein auch man kann immer nur einer die Kiste oh oh coole Sachen was hast du? nein ich hab nix ausgenommen guck du mal rein das sind die Stiefel die mit denen man schnell laufen kann und übrigens hier hey zwei Stück hast du? ja ich nehme die Stiefel du bekommst den zweiten das zweite Herz fürs erste cool dankeschön ja ähm wir kommen da hoch ja ich wollt grad welche craften aber wenn du welche haust dann ähm craft ich trotzdem welche und mach mir kurz hier Pfeile ja dann jetzt noch nach oben oder was machen wir mhm ja wir könnten auch ein bisschen weiter graben aber ich will halt nicht die Folge so ewig lang haben ja ich würde sagen wir machen wir erstmal Schluss ich bin wir dafür nach oben ja gehen wir nach oben yeah ha ich brauch deine Flasch von nicht oh mit Anlauf ja ich hab sie für dich gemacht mit Liebe oh okay da geh ich doch hin ey ey über 200 Minuten und 2 Minuten noch kurz ja stimmt ja 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 ich komm nicht hoch 1 da sind unsere Grabstangen ähm ja ja ich bin oben also aus dem schwierigen Teil raus ähm okay da kommt man auch nicht hoch glaub ich oder doch passt schon Moment so ja doch das passt aber ich am Anfang auch na Moment alles so gerade mit perfektem Diving klappt das schon und das ist morgen super ist doch perfekt zum Aufhören wenn wir das nächste Mal aufnehmen dann strikt Tag und keine Ahnung kann irgendwas schönes machen zum Beispiel nach unten in Höhlen gehen und der Tag voll viel bringen ja nein du darfst die Tür nicht aufhören nur mit meiner Laufschutz oh oh dafür kann ich rennen okay hier drin nicht oh ja dann würde ich sagen pack ich hier noch kurz alles in die Kiste da wenn auch übrigens so ein Kisten sortierfetisch ist das ist gut heißt ich werde Offscreen acht Stunden lang Kisten sortieren ja dann geh an die Kiste und drück einfach Quickstack an der Seite oder schnell stapeln wenn du es auf Deutsch passt jetzt hab ich es auf Deutsch schnell gestapelt ganz früher gab es ja in der deutschen Version einen Bug dass wenn du was in den Social Slot an der Seite getan hast dass dann das Spiel abgestürzt ist deswegen habe ich eigentlich immer auf Englisch und die deutsche Übersetzung so Müll echt manche Übersetzung da denkst du einfach nur so ähm was bei manchen Items weißt du echt nicht was die machen sollen weil das einfach so kacke übersetzt ist aber ich meine als ich es das erste Mal nach dem Update gespielt hatte ließ es sich nicht umstellen da war das glaub ich auf Deutsch war das da hinten Ente? ja die sind auch neue Seiten und es gibt so ein Easter Egg nein nicht es kommt ja immer dieses Quaken und mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit kommt so ein Quaaack ok ok das hat sich bis jetzt ein einziges Mal zu lösen ja ok hast du schon einen Heiltrank? äh 3 nee Moment 4 ach 7 ich hab einen zweijähriger Tränke ja genau beim nächsten Mal werde ich uns zeigen wie waren Tränke craftet oh ein Klavier schau dass man nicht drauf spielen kann ja und man kann drauf stehen das ist doch schon mal etwas ja man kann da auch so ein richtiges Geflecht machen nicht schlecht Moment ich mach kurz ein bisschen Wanddeko wenn ich Heus hätte ah doch warte ich hab Heus aber nicht genug aber das reicht Moment machen wir uns hier so einen wunderschönen Balken hin ja und ich häng so lang hier und das mach ich mir zurück zu Holz ja wir wollten eigentlich aufhören aber nur eigentlich wirklich ja wir sind bei 21.5 ich werde mein Ziel mit den 22 einhalten ja dann würde ich sagen was das mit der zweiten Folge Terraria und ja Ciao Tschüss ah